Hallo, ich bin Chris Kallmann, 26 Jahre alt. Ich komme aus Pyrstadt, geboren in Heppenheim und bin auf der Tower-Position. Meine Stärken sind auf jeden Fall auf der Linie, das 1 gegen 1. Und meine Schwächen sind das Rauslaufen im hohen Raum, im 16. Ich würde auf jeden Fall sagen, meine Eltern, die mich zwölf Jahre lang unterstützt haben, in der Zeit in Kaislautern, die mich überall mit hingenommen haben, gefahren haben, ihre Zeiten kaufgenommen haben und nie gezweifelt haben an mir. Leider nein, ich habe mich komplett auf den Fußball konzentriert. Auf jeden Fall witzig, chaotisch und immer für einen Spaß zu haben. Auf jeden Fall verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden, mit der Familie. Ich habe eine Zeit lang, fünf Jahre lang nicht zu Hause gewohnt und das muss ich noch alles nachholen. Auf jeden Fall erst im Urlaub. Nein, ich bin dafür da, Tore zu verhindern. Auf jeden Fall beides. Auf jeden Fall will ich eine gute Runde spielen, mit dem Team Erfolg haben, wenn es gut läuft vorne mitzuspielen. Absolut keine Ahnung. Also meine Botschaft an die Fans ist, dass wir auf jeden Fall alle zusammenhalten sollen, in guten und in schlechten Zeiten. Und wenn wir da auf einer Wellenlinie sind, dann sollte es auf jeden Fall gut klappen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020